das ende ist nicht mehr fern habe ich jedenfalls so im gefühl dass wir uns nicht mehr weit davon entfernt befinden ja und wir so als menschliche biomasse oder generell biomasse mit armen und beinen ich glaube ein paar schweinchen haben sie auch eingetan weil ab und zu hört uns quieken und grunzen die kiste nehme ich mal mit weil da vorne war ja so ein gasofen ich glaube dann müssen wir anzünden so noch mal auf ist nicht heiß wir schauen aus so können wir sogar festhalten tut gar nicht weh stopp stopp so ich glaube nicht dass man mit der kiste da unten drunter durchkommen noch ein stück näher ran und geh und fang jawohl da oben gucken sie uns schon wieder zu noch ein stück ran jetzt bewegt er so gg 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 gerade so so und die schmeißen wir jetzt davon in den ofen rein so da steht er brennbar weiter geht's beziehungsweise weiter rollt es ist zu krass echter da war es zum ziehen ja nehmen wir gleich mit reinpassen tun wir da oben nicht also aber schwingen ob das die drei ärmchen da oben festhalten können ne schaut aus wie die gekeimte kartoffel oder sowas da hinten rennen auch schon wieder die leute wo rennen die denn alle hin na schiebenssätze und euch da oben kriege ich auch noch ok ein raket opet ne da kommen wir nicht bis zum schalter hin aber cool gefangen werf du mal danke supi gib her ich kann doch nicht hüpfen aha eine falle es ist eine falle wo kommen die denn jetzt am rand da auf einmal her haben die uns jetzt gefangen ausgang sieht so aus und durch den arsch unsere fische sind auch wieder da ist da längst noch was nein da ist nichts oh da ist licht noch mit anlauf und jetzt bewegen kann ich es nicht bewegen geht nicht ist das ende schein zu haben geht nichts mehr ja das ende gut was haben die jetzt gemacht also ich denke mal dass gewisse menschen weil normale menschen waren ja dabei oder waren im spiel zu sehen die haben halt aus anderen menschen vielleicht sogar aus tieren weil gegrunzt hat das ding ja auch ein bisschen irgendwelche sachen gezüchtet hat die dann in so eine art reaktor gesteckt und wollte dann strom erzeugen damit oder zumindest vielleicht irgendeine energiequelle oder sowas dann irgendwelche willenlose willenlosen biomasse wesen gezüchtet aber irgendwie hatte ich hatte ich hatte noch einen geist oder ein willen gehabt oder so wir sind ja immerhin geflüchtet gut wer was anderes interpretiert oder eine andere idee hat kann das gerne in die kommentare schreiben ansonsten zum spiel selber ja so vom ersten eindruck her eine fette 10 vielleicht einen halben punkt abzug weil es ja zu kurz ist aber es ist immer zu kurz für ein indie spiel allerdings vollkommen okay also das handling steuerung mechanik absolut klasse also vom design her wirklich umwerfend sehr bedrückend sehr düster ja also super gemacht also man hat ja am anfang so die befürchtung gehabt dass es vielleicht ein abklatsch von limbo wird oder limbo 2 oder so das ist vielleicht ein bisschen von von der bedienung her der fall aber ansonsten haben sie ganz klar in oben drauf gesetzt also die sechs jahre dazwischen merkt man der dezente einsatz von farben das bisschen rot und das bisschen gelb was im spiel war und so das hat schon gepasst ansonsten wie gesagt sehr düster sehr bedrückend beklemmend aber sehr sehr gut also von mir höchstnote und ja hat mir sehr gefallen und wenn ihr selber spielt macht das licht aus setzt den kopfhörer auf achso genau der sound der sound ist weltklasse auch ganz minimalistisch eingesetzt kaum musik aber wenn dann was gescheppert hat dann halt richtig ja gut vielleicht spielen wir es noch mal ganz durch in einem video mich würde mal interessieren wie lang es dauert jetzt wo man alle rätsel kennt oder alles weiß wie es funktioniert wie schnell man da durchkommt vielleicht mache ich das noch mal ähm ansonsten ja secrets vier stück gefunden ich glaube 14 sind es im spiel also war relativ wenig ich habe auch wenig auf die gelben kabel geachtet vielleicht machen wir dazu noch mal was ansonsten wünsche ich euch was lasst euch gut gehen und servus und macht's gut руп ja packst